Und da war übrigens gerade ein sinnvoller Einsatz von dieser Turm-Geschichte. Irgendwas hier wurde erschossen. Ah, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, mit diesen 3 Assets. Zumal hier auch schon Sniper-Türme sind. Hier wäre eine Schwachstelle, falls ein Angriff von hier irgendwie reinkommt. Das heißt, hier zwischen sollten auf jeden Fall welche. Setz die mal. Ja. Da, ah ne, das sollte ich eventuell erweitern können in die Richtung. Also jetzt die Türme mal hier hin. Und hier hin. Und so rum da hin, damit die Kisten belegt werden können. Und hier mittig, damit das alles abgedeckt wird. Nicht da reinlaufen. Und einmal hier, falls dazwischen was kommt. Und von, genau, wenn sie hier rausbuddeln und sie nach Osten durchfressen. Dafür sind jetzt die Türme da. Und ich glaube, dann haben wir damit hoffentlich alle... Boah, wie war das? Hab dadurch hoffentlich jetzt alle Türme hier mit ersetzt. Es müssten weniger Türme sein als vorher. Zumal hier ja auch noch Gatling-Türme zwischen waren, die ich gar nicht brauche. Und ich helfe ein bisschen aus, weil das Problem jetzt wieder auftritt, dass die Gatling-Munitionen die schnell genug abtransportiert werden können, weil die Transport-Bots halt... Achso, sollte ich noch nie hierbei tun, weil die Transport-Bots die einzeln abholen und nicht stackweise. Das heißt, ich schmeiß euch mal hier raus, raus, raus. Ich tue auch kurz temporär die mal weg. Das da. Ja, 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 ja. Weg. So. Boah, was willst du von mir? Das sieht bedrohlich aus, wenn die alle ankommen. Radarslots minus 41. Hammer. Das kann auch weg. 32, 31, 30. Die verbrauchen echt nur einen Slot? Ich muss jetzt über 30 Türme ab? Boah. Wie viele verdammte Türme habe ich denn, bitteschön? Wenn das jetzt schon so ins Gewicht fällt. Ah, echt krass. Da läppert sich, ne? Schon so nach 20. Braucht mehr Kisten, die in der Wildnis rumstehen. Ja. Eigentlich müssen es auch lila Kisten werden, aber wir wollen die... Oh, bist du gar nicht im Einzugsbereich? Nee. Überpech. Irgendwann wirst du im Einzugsbereich sein. Wenn der Gero in der Zukunft weiter fleißig arbeitet mit der Ruheportabdeckung. Ja. Minus 6. Also viel gespart habe ich dann ja nicht, hä? Oh, jetzt habe ich ganz viel Kram weggeworfen. Das war nicht gut. Wobei, die Kisten brauche ich wirklich nicht. Die haben da gar nichts zu suchen. Irgendwie liefern mir die Roboter immer ein bisschen zu viel. Also mehr als die 50, die ich eigentlich haben wollte. Vielleicht sollte man das allgemein immer nur so auf 30 oder so stellen. Also bei allen Sachen, die man antwortet. Dass man nicht den kompletten Stack anfordert, sondern den kompletten Stack minus 20 Prozent oder was auch immer der nächste Zehnerschritt ist. Damit halt nicht die Roboter zu viel liefern und dadurch ein neuer Stack angebrochen wird und dadurch das Inventar noch schneller vollgemüllt wird. Oh, vier. Vier Radarschatz habe ich sehr gespart. Na, du, da, hier, so, go. Ich bin mir nicht sicher, wie viele es vorher waren. Aber glücklich viel war es jetzt nicht. Ja. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben mit den Dreierblöcken so nah beieinander. Aber ich übertreibe es lieber, als dass das denn am Ende da rausläuft, dass irgendwas Tolles von mir zerstört wird. Warum gibt ihr mir 200, weil ich sie anfordere? Ich will keine 200 davon. Geht weg. Geht weg von mir. Geht um. Achso, ich habe sie, ich habe euch hoch erforscht. Ihr könnt jetzt weiter fliegen, richtig? Schneller fliegen. Ja, komm, gebt die her, dann könnt ihr weiter arbeiten. Ihr dürft sie eh gleich wieder abholen. Keine Sorge. Es tut mir leid, Roboter, es tut mir leid. So. Gut. Jetzt geht weg. Okay. Hier kommen auch Flakes rein. Das sieht nicht so wirklich viel aus, was an Eisen gerade rumkommt. Kann das sein? Zeigen kurz die Kiste. Ist inzwischen auf 11.000 runter. Okay. Okay, also hier muss ich dann auch noch was dran drehen. Vorher verteile ich aber eben ein paar coolen Chips, weil ich bin der Ökogon. Und dann gucken wir mal hier. Hier sind bestimmt ein paar von den Drills ausgefallen. Oh, die haben alle Speedboost-Dinger bekommen, was richtig viel Strom frisst. Ja. Warum kann ich die Steuerung nicht rausnehmen? Ging das nicht vorher? Direkt Steuerung überhaupt nicht, ne? So, also keine Speedboost-Dinger mehr. Die sind voll, sondern einfach nur mehr Drills bauen, so wie hier. So, das sollte jetzt hoffentlich die Speedboost-Dinger so halbwegs ersetzen. Ganz weg. Ganz weg. Das hier ist jetzt Overkill, oder? Und sofort sporten Gegner da. Overkill meine ich nur, weil hier ja schon Türme sind. Ich glaube, die gehen bis hier. Also kann ich die Türme fast alle wegnehmen? Ja, mache ich mal. Immer weg. Aber setz die neu und zwar... Ach so. Der Gedanke dahinter war eventuell, dass ich hier keine Türme setzen kann, weil hier keine Abdeckung ist. Ich habe da eine bessere, die wir machen von der Abdeckung hier hin. Ja, ja, es klingt sinnvoll, Strom zu haben und Robo-Abdeckung zu haben, so innerhalb der Basis. Es gab übrigens den Vorschlag, dass ich die Basis doch verkleinern könnte. Jein. Also natürlich bräuchte ich jetzt im Nachhinein gesehen gar nicht so viel Platz. Aber es ist schon ganz praktisch, die riesige Eisenmine direkt in der Basis zu haben. Und das da im Süden... Wäre auch ganz schick. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Knick in die Basis reinmache. Aber das spart keine Türme. Ob ich die Türme hier habe, oder ob ich sie hier habe, ist die gleiche Anzahl an Türmen. Ich habe nur weniger Platz. Also das Viereck ist schon effektiver, als jetzt da noch irgendwelche Sachen reinzuschneiden. Denn das... Ja, genauso wie hier. Die ganze Fläche bräuchte ich nicht. Aber selbst wenn ich die ganze Fläche nicht innerhalb der Basis hätte, wären die Türme, die hier sind, dann halt nicht da außen, sondern hier innen. Macht also auch keinen Unterschied. Wenn... Das Eisenfeld allerdings irgendwann mal alle sein sollte, dann könnte man drüber nachdenken, diesen gesamten östlichen Teil der Basis zu kappen. Weil dann spare ich wirklich die Türme. Und zwar die Türme hier. Und die Türme da. Was jetzt aber auch nicht so viel ist. Ich denke, das kriegen wir schon mit den Ressourcen irgendwie hin. Der Plan war eigentlich damals dabei gewesen, dass wir... den ganzen Platz brauchen für Solarpanel. Wobei sich jetzt ja so langsam herausstellt, dass selbst... obwohl sie nur ein Viertel an Platz verbrauchen und genauso viel Output haben wie vorher, es bei weitem einfach nicht hinkommt. Ja, ist schade. Ist echt schade. Weil die ganze Steam-Geschichte ist ein bisschen... Das Ding kann man innerhalb der dritten... in der Folge bauen und benutzen bis zum Ende des Spiels hin. Das wirkt nicht sehr high-techy. Solarpanel ist da schon ein bisschen fortschrittlicher. Aber, ja. Ist gut. Äh, was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte den Robo-Port bauen. Du setzt den Robo-Port... Ja, hier mal hin. So. Und dann kommen die Türme auch direkt in den Robo-Port. Und habe jetzt wenigstens drei... So war das? Warte mal. Habe jetzt wenigstens drei Türme eingespart. So. Und die decken jetzt sowohl den Robo-Port ab, als auch das von der Seite. Also wenn hier links was bauen, wird es von da erschossen. Wenn es rechts bauen, wird es da erschossen. Wenn es unten oder oben ist, wird es von beiden erschossen, sobald sie sich dem Ding hier nähern. Und das sieht sehr gut aus hier. Also unten fehlt ein bisschen was. Das heißt, ich sollte hier vielleicht mit einem Splitter arbeiten. Ich will ja nicht bauen, weil ich keinen Kumpel habe. Äh, Roboter. Ich brauche Kupferplatten, auch wenn es komisch klingt. Weil ihr mir die immer alle wegschnappt. Beziehungsweise es landet direkt in der Fabrik und nicht bei mir. Oh, und Licht wäre auch noch ganz schön, wo ich das gerade so nicht sehe. So. Genau, ich gebe mir die Zahnräder, die ich eben gerade für den Robo-Port gebraucht habe. Danke, 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 danke. Licht, 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 Licht. So. Irgendwie ist das Muster. Jo. Jetzt schaue ich mal, wie es mit dem Kupfer aussieht. Abermals. Jetzt, wo ich das umgestellt habe, dass auch Roherz verwurschtelt wird. Hoffe ich mal, dass in absehbarer Zukunft, also so in zwei, drei Folgen, vielleicht auch mal wieder Kupferplatten im Logistiksystem auftauchen. Das hatten wir jetzt recht lange nicht. Ja. Eisen ist immer noch 11.000. Muss ich ebenfalls ein Auge drauf haben, weil, ne, hat man ja gesehen, es lief nicht ganz rund. Was sich jetzt hoffentlich ändert, dank der ganzen neuen Drills. Aber, ne, ein Auge behalten. Und Kupfer hier. Alles, was an Kupfer aber hierher kommt, wird sofort weitergeflogen. Genau, hier staut sich nichts zwischen. Zu den Drahtfabriken, um genug Draht herzustellen, um genug Chips herzustellen. Das heißt, es wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis irgendwann die rote Chip-Produktion, ne, die blaue Chip-Produktion komplett voll ist. Dass die Kisten voll sind. Dann werden sich die roten Chips irgendwann stauen. Dann werden sich die grünen Chips irgendwann stauen. Dann wird sich das Draht stauen. Und dann werde ich erst Kupfer im System überhaben. Wow. Das wird echt eine ganze Weile dauern. Auch schön ist, dass wenn dabei ein Problem irgendwo auftritt, ich erst zig Folgen später das so mitbekommen. Außer ich sehe halt sofort das Problem. Dass irgendwo irgendwas zerstört oder dergleichen. Oder ihr seht es, schreibt es und ich kann es erst zehn Folgen später lesen, weil der Puffer zwischen den Folgen. So groß ist. Wobei, jetzt geht es. Jetzt sind es so zwei bis drei Tage. Warum ist hier Kupfer-Erst drin? Weil es nirgendwo angefordert wird. Ja, okay. Ich sollte mich jetzt aber auf die Sachen konzentrieren, die ich eigentlich machen wollte in dieser und letzter Folge. Ich wollte nämlich eigentlich die Basis da unten mir angucken. Das heißt, ich fordere jetzt mal wieder... Ne, ich fordere jetzt keine Gatling-Munition an. Das war keine gute Idee. Wo habe ich die rote Gatling-Munition eingeladen? Lager zwischenzeitlich. Das war in irgendeiner Kiste. Oh, warte. Wir haben jetzt gerade Roboter, die nichts zu tun haben. 330 Stück. Das heißt, ich verwandle jetzt mit diesen ganzen kleinen komischen Kisten, die hier rumstehen. Wo ich immer mal zwischendurch was reinschmeiße. In lila Kisten rum. War auch eine der Vorschläge für so eine Aufräumfolge. Oh, so war das nicht geplant. So. Und ich verhungere gerade. Jo, ich bin gleich wieder... So, das kommt mit. Jetzt habe ich hoffentlich alles, was ich brauche. Bisschen zweier Schild? Ne, Bisschen einer Schild. Entschuldigung, Kupferbots. Aber nicht ersticken ist wichtiger als Platten entgegenzunehmen. So. Jetzt kann ich Platten entgegennehmen. Unterwegs die Augen offen halten. Nach solchen Kisten... Oh Gott. Es tut mir leid, Roboter. Das wird sehr lange dauern, weil ihr immer nur zwei, drei Stück auf einmal nehmt. Aber die müssen hier weg. Irgendwann, wenn ihr mal Zeit habt. Und schwupp. Alle Roboter ausgelastet. So schnell geht das. Also es ist kein Ding, das wirklich Priorität hat. Diese ganzen kleinen Kisten aufzuäumen. Aber es liegt ja schon einiges an Zeug rum. Und es ist vollkommen richtig, dass das... Es ist vollkommen richtig, dass das schon nette Ressourcen sind. Und wenn ich jetzt irgendwo Munition oder andere Sachen rumliegen habe. Und sie dann selber nochmal baue, weil ich sie halt gar nicht finde. Das heißt, ich werde jetzt immer in den nächsten Folgen so zwischendurch gucken, ob ich irgendwo Kisten finde und die dann... Oder zu lila Kisten machen. Hier fehlt auch noch was. So. Aber langsam, langsam wird das hier. Mit der Süd- und der Osterweiterung. Mit kompletter Turmabdeckung. Mit grünen Ärmchen. Das da sieht gut aus. Und da oben sieht das absolut nicht gut aus. Du. Hier fehlen nämlich die ganzen Ärmchen. Rest steht, aber die Ärmchen halt nicht. So. Und so. Auch wenn die Bluecreens wahrscheinlich auch nicht wieder alle erfüllt werden. Aber man kann es ja versuchen. Jetzt runter. Ich wollte im Südosten... ...irgendeine kleine Basis finden. War das die da? Karte? IchВы Zug эксп Vielen Dank.